Der ist der große Sänger hier. Der ist der große Sänger. Der ist der große Sänger. Was kann wer? Was kann wer? Das ist da irgendwo zwischen Opel und Südenwagen. Die liegt schon in der A3. Wenn keine Stiftung ist, dann zahlt er seine Steuern und der Staat entscheidet was mit den Steuern. Das ist der große Sänger. Das ist der große Sänger. Ja. Wie sehr, Olo, sagen wir nichts. So, ne? So, ne? So, ne? Scheiß Wünsel. So.